hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zurück hier bei my time at porsche heute müssen wir uns weilen denn wir haben wieder viele viele sachen vor wir wollten zum beispiel mal gucken ob wir den ballon jetzt bauen können das wechsel ich erstmal hier zur axt nicht dass wir die ganze zeit hier mit unserem schwert durch die gegend laufen so hier haben wir den ballon auftrag verloren nein haben wir den ballon auftrag verloren wir haben ihn verloren fehlt den ballon auftrag haben wir nicht bekommen so ein mist das ärgert mich jetzt wirklich dass wir den nicht bekommen haben wir haben gerade keine aufträge also keine missionen die wir machen müssen was ist mit dir unterhalten hey du wolltest ein bisschen quatschen oder so beschenken was gebe ich denn mal hier das teaser wie ich weiß nämlich eh nicht was damit machen soll aber vielleicht können wir es auch verkaufen das hält mich jetzt zu lange auf hier was gebe ich denn jetzt mal schnell energiekristall na gut gut wir müssen hier aber eigentlich mal gucken dass wir hier düngen und so haben wir dünger dabei das sind ja diese komischen töpfchen und wir haben den ballon auftrag verloren das ist jetzt ärgerlich wir konnten das nicht früher herstellen weil wir kein pigment hatten hier ist der dünger aber der t soll nicht darüber wandern so ich tue das mal hier rein und ich muss dann vielleicht zwischen den nächsten zwei folgen noch mal aufräumen weil wir haben jetzt eine ganze menge sachen wieder in unserem inventar so dünger wir haben fünf und dann gucken wir hier mal status überprüfen hier muss auf jeden fall noch dünger rein hier muss auch dünger rein so und auch wenn da reif steht hier können die auch gleich mit ernten siehst du so so äh ne die sind rein so und ahnten sehr schön ernten aber auch düngen 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 so dann sind die pflänzchen auch wieder begeistert hier haben wir noch was zum ernten hier haben wir noch was zum ernten so äh ne hier nächstes alles klar hier nächstes so so langsam haben wir wieder so viel zu tun dass wir gar nicht unsere tagesarbeit schaffen habe ich kein dünger mehr oder was dünger anwenden ich drücke dünger anwenden so schnell noch alles hier bedüngt so das wäre erledigt und jetzt müssen wir mal gucken wie ist das denn jetzt hier mit unserer produktion äh wir mussten ja ich hab's vergessen ich hab's wirklich vergessen wir mussten wir mussten herstellen wir mussten drei sachen herstellen wir waren auch dabei extra neue sachen zu also neue maschinen zu bauen damit wir den border haben wir schon gebaut Brunnen haben wir gebaut industrielle Nähmaschinen haben wir gebaut Blockade haben wir gebaut Wasserturm haben wir auch gebaut so die Bushaltestelle da brauchen wir Bronzerorder Eisenholzdielen und wasserdichte Lampen Stahlhüllen ja das ist nämlich das Stahlhüllendesaster genau das ist es nämlich das Desaster mit den Stahlhüllen oh Klinge der Bosheit ist neu wow ich bin begeistert so wir gucken mal hier ähm hier Stahlhüllen können wir drei Stück herstellen machen wir natürlich auch sofort und wir brauchen aber vorher noch ein paar von diesen Rahmen und da mache ich gleich acht Stück weil wir brauchen eh super viele davon und jetzt können wir das hier nicht herstellen weil uns zum einen Stahlplatten fehlen ne weil uns Stahlplatten fehlen genau so dann hoffe ich jetzt dass wir hier das sind Aluminiumplatten okay die brauchen wir aber auch gleich so und dann Stahlplatten werden auch hier hergestellt oder Stahlplatten kann ich nicht herstellen weil Stahlplatten kann ich nicht herstellen weil Stahlplatten kann ich nicht herstellen weil ich kein Eisenarzt habe okay okay wir müssen hier gar keine Barren mehr einsetzen das ist neu wir müssen Eisenarzt besorgen und jetzt haben wir hier das ganze Eisen gemacht Carbon Stahl ja dann müssen wir ganz schnell in die Mine und müssen irgendwie ja das ist doof das ist richtig doof denn ich weiß jetzt nicht in welche Mine wir müssen hier ist wieder Versammlung ich glaube hier war es nicht ich glaube es war oben ich glaube es war oben wir mussten glaube ich oben abbauen so sieht gerade nichts ich auch nicht so und wir haben zum Glück noch unser Wochenticket gut und ich hoffe dass ich jetzt richtig liege damit dass hier Eisen ah wir hätten auch die Dings zurücksetzen lassen können Manganarzt 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 und was gibt es noch können wir nämlich hier falsch sehen sieht aber nach Eisen aus ja Eisenarzt sehr schön aber ich hätte gerne nicht so ein Mini-Abbaufeld ich hätte gerne wenn schon dann ein riesiges Mega-Eisenabbaufeld wenn wir jetzt kein Eisen mehr haben hier ist ein großes sehr schön Eisenarzt haben wir jetzt ich glaube das ist neu weil wir haben sonst immer Carbon-Stahl Carbon war drin da reingestopft aber es kann natürlich sein dass das jetzt hier mit den neuen Maschinen viel leichter ist dass wir da gleich Erze rein stopfen können und die dann verarbeitet werden das wäre natürlich super so gleich mal hier ein bisschen angepeilt 200 Eisenarzt sehr schön vielleicht können wir die Werkzeuge auch schon wieder aufwerten vielleicht können wir die Werkzeuge auch schon wieder aufwerten so es geht natürlich jetzt ziemlich viel Zeit ich hätte aber gerne damit wir jetzt nicht tausendmal hier rein laufen ich hätte gerne 500 Eisen sonst laufen wir nämlich dauernd hier hin weißt du und dann machen wir lieber jetzt sind die Taschen voll so jetzt schnell zurück das ist nicht der Turm den ich suche äh das ist nicht der Turm den ich suche wir müssen da den Ausgang finden nein hier geht es nicht raus da das ist nicht der Ausgang wir sind vielleicht auf der falschen Seite vom Ausgang äh Mist wo komme ich denn jetzt da rüber wo geht es auch nicht hin wo ist denn der Ausgang? da das kostet uns alles Zeit ich finde ja auch dass die Zeit hier viel zu schnell vergeht also ja ich halte mich halt ja auch gerne überall auf und halt warte Sekunde hier äh nach da ich halte mich halt auch gerne auf und äh das sorgt natürlich dafür dass die Tage viel zu kurz sind so hier und rein wir haben den Ballonauftrag verloren das kann doch nicht sein Mann der war so wichtig hier hier haben wir Zeit weil hier nämlich die hier bleibt die Zeit stehen solange wir hier drin arbeiten oh Mann das ärgert mich jetzt dass wir diesen diesen Dings nicht bekommen haben dass der Auftrag jetzt verschwunden ist wir haben den lange gehabt aber wir haben ziemlich lange gebraucht bis die Pigmente dann endlich oh Mann Stahl 35 oh ne was denn jetzt schon wieder schon wieder schon wieder kein Eisenarzt das hat das kann ja nicht wahr sein äh 18 so und dann brauchen wir dann brauchen wir diese Stäbe hier als nächstes als nächstes und zwar auch wieder so schnell wie möglich deswegen tue ich die gleich mal hier in zwei rein so auch so schnell wie möglich diese Stäbe herstellen dann haben wir hier Pulsbulle ja es ist halt echt die Frage ob wir hier hinten das vielleicht mal ob wir die kleinen Dinger hier mal aufwerten zu größeren weil wir dann einfach eine größere Anzahl da rein stopfen können und so Carbon Stahl guck mal hier alles so auftanken auftanken so die Platten haben wir ja jetzt das heißt wir müssen eigentlich jetzt hier die ähm die Hüllen bauen können drei Hüllen was fehlt jetzt? Stahlplatten ist ein Mist es dauert zwei Tage um zu 17 Stück herzustellen so wir gucken mal hier wir brauchen eine ich guck nochmal kurz was wir brauchen wir brauchen eine Aufladestation und einen Wasserturm Aufladestation Stahlplatten 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 und wir brauchen einen Wasserturm das wäre das hier das wäre Kupferplatten großes Rohr Aluminiumplatte und hartes Aluminium Hartes Aluminium weiß ich nicht ob wir daran gedacht haben das herzustellen ich bin mal vorsichtig mach mal hier 25 so und ähm hier drüben lassen wir nochmal laufen auch 25 so dann haben wir jetzt hier die Stäbe das ist schon mal gut da haben wir schon mal ein paar Stäbe und hier Platten das sieht noch ganz schlecht aus da kriegen wir noch nichts zusammen ich war glaube ich dabei noch ein paar mehr von denen hier zu bauen weil wir gesagt haben wir haben so viel jetzt herzustellen von diesen Dingern den Wasserturm großes Rohr fünfmal großes Rohr ich weiß nicht ob wir welche auf Lager haben großes Rohr wir haben neun Stück und es fehlen Browserrohre ok die müssen wir hinten herstellen lassen hier so Browserrohre können wir nicht herstellen weil wir keine Browserbahnen haben ach ist das alles blöd hier komm hier abbrechen stell mal Bronze her so viel wie es geht du kannst nur 10 Stück herstellen Mann Bronzebahnen nicht genug Material oh nee jetzt haben wir kein Bronze oder was wir haben kein Kupfer oh jetzt ist Kupfer ausgegangen das kann doch nicht wahr sein dann müssen wir jetzt nochmal losziehen und noch Kupfer holen das ist auf jeden Fall in der verlassenen Mine verlassenen Dings hier vorne Abandoned Ruin aber wir haben sie wieder nicht zurückgesetzt wir sollten sie öfters zurücksetzen lassen weil dann müssen wir nämlich nicht so weit uns können auch hier einfach abbauen so 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 vielleicht kriegen wir noch besseres Werkzeug was noch ein bisschen schneller ist weil das nimmt schon viel Zeit ein hier und wir haben ja in der Zwischenzeit dieses vergiftete Schwert gesehen vielleicht bekommen wir da auch noch immer neue Waffen äh neue Werkzeuge meine ich dass wir da vielleicht noch ein bisschen schneller abbauen können ich habe ja gehört dass es auch irgendwann einen Border geben soll wie gesagt hier wir machen richtig viel ihr habt ja eben gesehen das Eisen was wir gesammelt haben das hat es überhaupt nicht gebracht weil das war viel zu wenig nicht ausreichend so und jetzt komm mach mal hin ich hau mal hier nur in die braunen Stellen dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr zusammen wie wenn ich jetzt auf so eine Mischstelle wo auch Gestein dabei ist und Steine brauchen wir wirklich nicht wir haben so viele Steine auf Lager jetzt bin ich mir unsicher ob 500 reicht aber sonst kriegen wir heute gar nichts mehr zusammen oh Mist schade dass wir das Jetpack nicht mit raus nehmen dürfen so und raus oi 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 wir wissen ja noch ein paar Stellen wo Kisten stehen wo wir aber gar nicht drankommen und da wäre es natürlich ganz gut wenn wir ein Jetpack hätten aber vielleicht können wir das später im Spiel noch herstellen reicht das eigentlich wenn ich das im Inventar habe oder muss ich das erst drin in unsere Kiste legen wir gucken mal hier läuft ja noch was jetzt hier Bronze ok das war eben nur weil wir keine keine Vorräte mehr hatten so hier Bronze 50 ich mach mal doch ich mach 50 komm und und haben wir noch irgendwas was hier irgendwie Benzin ist aufgebraucht ok legen wir nochmal Holz rein und wird die aufgetankt müssen auch noch aufgetankt werden so draußen wird jetzt in drei Stück hier hergestellt das muss erstmal reichen weil wir haben ja auch noch andere Sachen die hergestellt werden müssen aber jetzt habe ich natürlich hier keinen Browser um diese Rohr herzustellen ein Rohr bekommen wir das ist nicht so viel hier die Stäbe haben wir jetzt Benzin ist aufgebraucht ok aber diese Stäbe brauchen wir auch das heißt wir lassen das auch mal laufen ja dadurch kann ich natürlich jetzt diese großen fetten Rohre hier nicht herstellen das haben wir zu drauf hier Ventile haben wir auch aus den Minen 9 Stück wir müssen sogar hinhauen und dann haben wir hier Kupferrohre ich weiß auch jetzt nicht ob wir irgendwo Kupfer einkaufen können äh Bronze einkaufen können also das klappt gerade nicht wegen den Rohren die können wir gerade nicht herstellen dann haben wir das hier aber da sind auch Rohre dabei dann haben wir das hier da kommen Spitalhöhlen rein und wieder Bronze Rohre Mist oh man 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 da müssen wir alleine 18 äh 16 22 22 ach du scheiße nein wir brauchen 30 40 Kupferrohre 40 Bronze Rohre also gut dann machen wir das anders dann brechen wir hier kurz ab wir machen hier nochmal Bronze und zwar 25 und hier auch abbrechen Bronze 27 wir werden das nicht alles durchlaufen lassen aber wir werden jetzt auf allen hier mal ihr stellt ja sowas nicht her den hier weiß nicht wofür der da ist das ist hier ich hätte mir auch Bronze herstellen können Mist auch Kleinvieh macht Mist auch Kleinvieh macht Mist jetzt vielleicht ein bisschen schneller und hier ah ich kann nochmal 10 Stück herstellen sehr schön auch voll machen und hier so alles klar dann haben wir da hinten noch welche stehen und auch hier mit Holz betanken und wir haben hier noch einen das müssen wir dann morgen jetzt geht es nicht mehr jetzt habe ich keinen Kupfer mehr wie viel Uhr ist denn jetzt gerade 0 Uhr 13 das ist also jetzt so ein Spiel manchmal so Stahlplatten ja hier das ist das ärgert mich jetzt volle Kanne dass wir diesen Auftrag mit dem Ballon nicht gekriegt haben das können wir jetzt noch machen ich guck nochmal hier rein so wir brauchen hartes Aluminium wie viel hartes Aluminium haben wir jetzt 3 Stück das heißt da brauchen wir auch noch ein bisschen mehr das läuft da hinten aber schon sehr schön dann haben wir hier Aluminium Platten davon haben wir schon welche hergestellt guck mal nach wie viele wir haben Aluminium Platten haben wir genug so da haben wir große Rohre wir haben Kupferplatten oh Kupferplatten Kupferplatten werden wieder hier hergestellt äh blöd alles Schneider was brauchen wir denn um noch mehr alles Schneider zu bauen alles Schleifer oder Schneider alles Schneider dafür brauchen wir das ist aber auch alles oh das kriegen wir nicht zusammen jetzt gerade wir müssen hier mit den zwei auskommen wir müssen damit auskommen wir müssen uns aber auch beeilen um das hier hinzukriegen Mensch können wir denn nichts von diesen drei Teilen überhaupt bauen hier Kupferplatten macht uns echt im Strich durch die Rechnung das hier haben wir da Aluminium dann große Rohre und Stahlplatten dann machen wir die Aufladestation dann machen wir die Aufladestation so die zwei Motoren müssen wir dann holen also in ein industrieller Ofen Scheibenkleister hier ist ein industrieller Ofen rein wasserdichte Lampen hatten auch irgendeinen Nachteil wir gucken kurz danach was da der Nachteil war ist auch hier bei den wasserdichte Lampen die konnten wir auch nicht bauen weil wir kein gestärktes Glas haben was im einfachen Ofen hergestellt wird und da brauchten wir glaube ich die gut das haben wir schon mal gestärktes im einfachen Ofen die sind jetzt alle gerade belegt da braucht man nicht das Härtungsmittel für wir haben, obwohl wir jetzt so viele Sachen hier haben haben wir jetzt so wenig es ist spät und muss sich leider hinlegen ja wir können das noch ein bisschen hinaus zögern pass auf wir zögern das ein bisschen hinaus wir gehen mal hier zu der Kiste und hier haben wir alles mit Steinen drin liegen dann gucken wir doch mal ob wir hier noch ein bisschen steinisches Zeug finden hier ist noch Stein dann haben wir hier das Sulfur und wir haben hier auch Erde drin das kann auch hier rein was bist du? du bist Zinnerz okay du bist also kein Stein schade dann werden wir hier glaube ich nichts mehr los gut dann gehen wir zur nächsten Piste hier kommt rein alles was mit Stoffen zu tun hat ich würde sagen Pigment das zählt auch mal dazu so alles was mit Stoffen zu tun hat aber mit Fischen hier unten sind ja auch noch Sachen muss ich mal hier oben hin tun dann seh ich den nämlich nicht so gut äh äh sonst hier bisschen aufräumen so ähm aber stoffmäßig ist jetzt hier nichts mehr dann gehen wir zur nächsten Kiste hier kommt alles mit Pflanzzeug rein dann guck mal was wir hier noch haben ich weiß nicht der Dünger gehört ja eigentlich auch hier dazu oder? den Dünger stell ich mal hier unten rein dann T den packen wir auch hier rein was haben wir denn hier noch? da ist auch noch was zum hier einpflanzen dann tun wir das hier rein dann tun wir das hier rein jetzt können wir hier unten noch ein bisschen was umstapeln so aber nicht viel das wird alles noch nicht so richtig wir gehen mal hier zu der Kiste weil hier kommen nämlich tierische Sachen rein und davon habe ich eine ganze Menge dann haben wir aber Fell oh das ist ein anderes Fell dann haben wir hier das dann haben wir hier Tierkot kommt da hin dann haben wir Knochen kommt da hin dann haben wir Fleisch kommt hier hin wir haben Wolle wir haben die Wolle die Bandanas von den Ratten dann haben wir noch Augenklappen das kann man schon mal proben dann haben wir die Bandages aber die haben wir ja immer hier oben drin liegen jetzt so so eigentlich weil das sieht immer so aus so ob das auch irgendwas von den Monstern ist das ist es aber gar nicht dann haben wir hier Zähne Zähne kommt da oben hin und dann haben wir auf der Seite jetzt nichts mehr Hartungsmittel ist eigentlich auch von einem Monster so dann haben wir hier Fleisch ne ist es auch nicht hier drin aber wir können hier schon mal ein paar Sachen rüber transferieren auf die andere Seite so das kommt da hin 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 das kommt hier unten hin ich traue mich da immer noch nicht drauf zu drücken auf diese Sortiertaste automatische Sortiertaste ist mir immer noch ein bisschen gruselig da drauf zu drücken weil ich nämlich nicht weiß wie der sortiert dann und ich bin da sehr eigen in dem wie ich das sortiere so hier haben wir jetzt aber keine Monstersachen mehr das heißt wir gehen hier auch raus und gehen mal zu dieser Kiste hier kommt alles mit Futter rein gut wir gucken mal durch hier Hundefutter behalten wir natürlich dabei denn das brauchen wir ja fürs Hundchen dann haben wir hier den Tee den kann ich jetzt auch mal hier reinpacken dann haben wir hier Äpfel Äpfel kommen da hin das sind andere Äpfel Aroma Apfel und ja will aber nicht zusammenlegen dann lege ich den da hin so das haben wir noch hier Honig dann haben wir hier das was anderes dann haben wir den Honigtopf der kommt da hin dann haben wir hier diese grünen Früchte Honigtöpfchen eben anders Honigtöpfchen ist hier drüben ich sortiere das gerne immer um damit man das auf einer Seite hat ich mag das eigentlich nicht dass es hier auf zwei Seiten ist dann haben wir hier das Fleisch aber das war glaube ich auf der ersten Seite auch schon mal ja hier dann tun wir das noch nach unten und das nach unten und das und das auch dann gehen wir zur nächsten Kiste hier kommt Holze hier kommt Holze da hätten wir einmal das da das da das da das da das da das war's so hier 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 oben tatsächlich habe ich Probleme das hier unten drin zu sehen und dem den brauchen wir gar nicht das ist gar nicht wahr so dann gehen wir hier hin hier Ventil und das hier sind große Rohre wir haben doch schon große Rohre große Rohre haben wir doch schon auf Lager was mache ich denn die ganze Zeit hier so wir haben hier so wir haben hier hier die die Dinger haben wir dann haben wir ähm ähm Edelsteine und hier so ein ganzer Kram diese Kabel sind nicht hier drin oder? ne dann haben wir hier einen Motor ah da drüben und dann haben wir Pistole müssen wir sowieso im Inventar lassen und Uferdrehte und so haben wir nicht hier drin das hier haben wir hier drin dann hier Zahn äh Zahnstocher genau ich meine Schraubenzieher haben wir auch nicht aber hier ist noch so ein so ein also wir können es eigentlich so machen ähm dann haben wir hier Zündkerzen würde ich jetzt mal sagen und kleiner Motor industrieller Motor aber wir brauchen noch glaube ich so einen Supermotor das wollte ich gerne aufstellen jetzt haben wir wieder oben ein Plätzchen frei ähm hier industrieller Ofen haben wir auch auf Lager was mach ich denn die ganze Zeit hier? so dann haben wir hier was ist das? Stahlrohr das können wir mal hier reinlegen ah das ist sowieso schon drin also war irgendwo hier das hat sich nämlich einsortiert das ist meine Noch-Jagg-Technik das Gift kommt glaube ich nicht hier rein dann haben wir hier noch Kupferdraht das ist aber eigentlich nicht richtig Technik das ist mehr so dann haben wir hier noch eine Bushaltestelle das ist mehr so Technik-Kram hier und Edelsteine Technik und Edelsteine und äh ich sehe aber jetzt hier nichts mehr was wir noch dazu schieben können weil das brauchen wir gleich zum Bauen das kann man eigentlich auch mitnehmen weil das brauchen wir das holt aber auch hier raus wenn wir irgendwie was bauen lassen wir hier drin komm so dann gehen wir nochmal zur nächsten Kiste hier ist jetzt Metalle hier da kommt rein das da das da das da das da Kupferdraht ja dann haben wir hier den Draht haben wir auch hier drin das da das da das da das da das da hier Blei wir haben viel zu viel Blei ja komm wir lassen es erstmal hier drin aber eigentlich haben wir zu viel Blei das ist ja auch so schwer in den Kisten weißt du das belegt ja auch die ganzen Kisten und so so dieses ähm Tesavi würde ich eigentlich gerne mal loswerden hier hinten ist nur noch das Tesavi stelle ich jetzt mal hier rein damit wir hier so ein bisschen Abgrenzung haben tue ich das mal so machen und dann habe ich jetzt hier ja die Feder war noch irgendwo gelagert das können wir auch beim nächsten Mal machen so jetzt haben wir ein bisschen überzogen 35 Minuten ist ja ideal ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin macht's erstmal gut auf Wiedersehen tschüss hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben vielen Dank fürs Zusehen und bis bald 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017